Join up in the jungle, get good god fire! Wait, wir haben als Gegner Afraid of the Bart! Afraid of the Bart Gegner! Und ich bin Bart! Oh hell no! Benno kommt nach unten! Okay! Botlöhn! Nee, ich bin ein schbappel Spatula! Vertraut mir! Ich kaufe mir nichts anderes außer Spatula! Du kannst am Ende des Games schon eineinhalb kaufen, dass es gut kommt! Ey, ey, ey! Komm mal, komm mal! Hier, hier, hier! So, na, es geht los! Ja, du hast gesagt, du kaufst nur Spatulas! Ich kauf mir nur einen Spatula! Achso, ich dachte, du kaufst nur Spatulas, so wie das geht! Ey, ich bin reich! Ja, das ist ja weniger! Ich hab Flash auf der falschen Taste, Inter! Weil, es gibt eine Canon? Nein, rein, 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 rein! Ja, das ist auch ein guter Jungle! Du kannst nur in diese eine Position fliegen! Die ist festgelegt! Reicht, kann ich hin! Burn, Männer! Du kriegst ein Geld! Bro, ich hab einen sauguten Double-Stun gelandet nach dem einen, äh, Stun von dir! Ich hab noch Items! Oh, oh no! Ach nee, das ist die Kacke! Ich hab keine Ult! Ach, wir müssen... Ach, wir müssen... Ah, das... Ich dachte, wir werden... Wo seid ihr? Ich dachte, wir werden irgendwo hintippelt! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken! Ich hab noch nicht mal eine Husschen, bis ich mein Ping nicht! Ich hab's... Okay, okay! Big, big! Hey, ich war doch! Oh no! Oh fuck! Ey, Johor! Ich hab's... ich hab's ignited! Nice! Alter, macht der Ring viel Schaden! Was? Der Ring macht ja absoluten Schaden! Ja, ja! Ich hab ja auch Ring... Ich hab ganz kurz... Oh no! Du standst nicht mal drinnen! Tausend Schaden! Schade, Jungs! Das Po-Loch ist... ...recht stark! Digga, 6k! Macht der One-Shot-Tower, oder? Wie sieht's aus? Nee, nee! Aber 6k geht eigentlich! Gerade im Panto unseren 13! Hö?! Ach, ich werd damit auf die Lane geschossen! Okay, ich verstehe, Digga! Macht der nen Charge oder so, wie Harold? Oder wie muss ich das sehen? Nein! Der Halt halt die Nutten da drum! Hä?! Junge, wo ist die Hedden?! Ich hab das One-Shot-Tower! Digga, ich mach... Ich mach... Ich auch nicht! Ich mach 59! Alter, das soll True Damage machen! Du hast... bliebe... Alter, Riot! Was ist das Scheiße grad? Hä? Digga, was will ich sehen, Junge?! Nice! Hält sich ja! Die Briar! Und jetzt haben wir einen Red, oder? Das Double Buff! Äh, Double Buff! Komm mal rein! Ah, Nevermind! Sind alle unten! Loot, Vega! Wollen wir da rein, oder? Nein, nein, nein! Wenn der Pantheon ist dann nicht! Von Kobold! Wäre ich nochmal back gehen sollen? Na, ne! Da unten! Ich denke, wie viel AP da hat! Achtung, wie bei uns das ist der Lee! Ich hasse mein Gehirn! Wirklich! Können wir da rein? Ne! Aber alles gut! Es fehlt mir nicht mehr viel! Was baust du grad, Bro? Der Golden Spatula-Boat! Ach so! Wait! Wer fragt, dass ich warum ihn verlieren, weil er irgendwelche komischen Funmen erbaut! What the fuck ist das für ein Build-Part? Guck dir mal an, was das Item kann! Ja! Ja! Eigentlich gar nichts! Selber! Aber deswegen kanns gar nichts! Ja, on my way! On my way! Also noch Gold-Defizienten, das ist aber so genau ausgeräumt! Ich hab die Stunst weiter! Ja, was ne Big! Magic! No! Big, Big! Ich hab grad kurz überlegt, ob wir Tower-Diven! Wenn's wirklich gut läuft, glaub ich! Oh, mein Schaden! Ich hab grad 1000 Führer-Kreuz bekommen, weil ich den Pantheon gekippt habe! Ich move-speedig! Ich move-speedig! Rein da! Schade! Ich seh' uns das noch holen, Kappa! Aber dafür gibt der Hund auch alles, ne? Junge, was ist denn das für Mini-Vasalins? Ah ne! Push the card, Jungs! Ey, die wollen schon mit dein Krabbo! Overwatch! Kann ich was machen gegen die? Ich bin da! Jetzt nicht mehr! Er hat den Harrod gedings, oder? Er hat den Harrod gedings, ja! Der Spatula bringt richtig, macht übel Damage! Big, big, big! Ja, es kostet aus für mich wie zwei Items! Wär kacke, wär's kacke! Ja, dann wär's auch kacke, ne? Ah, schade! Ok, Jason! Schade, Jason! Was ist denn Stun von mir, Junge? F*** die Bitches! Was macht die denn, Digga? Was hat sie gedacht, wer die ist, Digga? Was hat sie gedacht, wer die denkt? Wichtig! Wer denkst du, der du bist? Hey, was macht ihr da für'n Rombazamba? Ich will auch was machen! Guck mal, Ult! Ach, Bro! Das ist so frech! Das ist der gegnerische Jungle-Ding! Nein, ich kann mal ein Item nicht mehr kaufen! Wait, was ist das? Ach, ich bin da auch dabei! Ich darf nicht so! Ich hab' auch keine Ahnung! Ach, ich darf nur zugucken! Ey, aber ich regenerier' grad! Actually! Wegen Blue, ey, wegen Red Buff! Digga, ihr müsst gegen Pante und spielen gegen den Stärksten! Das ist natürlich blöd! Wobei, der ist ganz gut am Burnen, Junge! Was macht ihr mit dem? Holy Shit! Ihr seid so geil! Bitte ich! Nein, nein, nein! Bist du nicht! Ey, ich spiel' gleich Solo gegen irgendjemanden! Ja! Ich kann nicht kaufen! Ich spiel' hier, oder? Ich hab' die Ignited! Oh! Ich bin in die falsche Richtung geflasht! Auch süß! Nice, schönes Ding! Ich zeig' euch jetzt mal, wie man das macht! Freue mich an, Mädels! Okay! Rob ist zwei Levels ahead! Er tritt dich einfach weg, Junge! Try me! Try me! Try me! Try me! Was ne E, Junge! Die E! Ist das schrecklich, Junge! Das ist kacke, das ist kacke, Alter! Ja, ihr habt' die gehabt geacet und ich war nicht dabei! Sad! Ja, weil wir so viel Stamming schon haben! Okay, Jungs, Jungs, wir fahren, wir fahren rein! Ja, wir fahren! Hey, komm zurück! Ja, ja, ich komm, ich komm! Wir müssen alle! Ey, McJolie, du Hund! Ja, okay, warte! Ja, wenn man reingeht, fährt er halt los, ne? Lex, 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 Lex! Du hast auch McJolie! Lüge, 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 Lüge! Ey, mach, 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 mach! Dry Spy, okay? Juck! Hä? Alter, Rolli, wir gehen jetzt alle wieder in die Base! Hä? Ist das dumm? Ja, wir fahren doch eh gleich alle beim Dings! Beim Nexus! Hast du die nicht gleich wieder da oben? Ja, es ist ja gleich da! Ja, ja, ja! Wir fahren rein, wir fahren rein! What, Walking Nexus? Was ist scheiße! Leute, ich ulti direkt raus, ne? Ich ulti direkt raus, ne? In deren Gesicht! Die fahren auch! Die fahren auch! Bro! Wer ist gefahren? Digga, wer ist zu blöd hier zum Fahren, Junge? Ich weiß! Wir gehen wieder durch! Ich weiß nicht mehr, wer gefahren ist, weil wir sind immer gefahren! Oh, ich bin dead, Junge! Holy fuck, Alter! Okay! Wie lange wurde ich gerade CC'd? Ey, wir verlieren, kann es sein? Ne, wir gewinnen, nice! Haben wir jetzt gewonnen? Theon und Breyer und Akali und... Digga, was ist bei Alex los, Junge, der Deckspeed? Ich darf jetzt steuern! Ne, ich? Nein! Ach, keine Ahnung, ich willst du nicht! Nein, darfst du nicht, ich steuern! Veran! Ach, Mann! Was ist? Es gab der erste Runde, Junge! Halt die Fremden! Okay! Oh, es flasht mit Aero! Es sind vier! Das ist ja der McRowley-Flash, Junge! Es sind fünf, 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 Leute! Fünf, 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 fünf! Hm, wie auch immer das gehittet hat! Haha! Nice! Ne, Dude, ich war bald auf seinen... Sein... Sein... Digga, was ist da oben links los? Ich will da auch nicht hin, to be honest! Ma... Alter! Alter! Haha! What the fuck! Fick die Ätze! Nice! Wo ist Timo? Oh, der ist da ganz oben! Wo ist Timo? Ich sehe nicht, aber... Ja, Bro, der läuft da hinten hin! Nein! Das war so knapp! Auf! On my way! Das andere kannst du gerne haben! Okay, nice! Ich schlaf! Ich bin müde! Rande, rande, rande! Komm mal! Ich ult rein! Neun aufholt! Einer ist in mich ge... Oh, danke, Lex! Big, big! Ähm, Achtung, die Bubble! Äh, Bro! Okay! Der Minion! Schön, Digga! Das hast du so gut geplayt, Alex! Jungs, die kommen mit nem Schlitten zu euch, ne? Mhm! Pega, wir nehmen mir richtig! Lass den Red machen! Oh mein Gott, Junge! Nee! 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 Hä? WTF? Hast du noch weh? Ach, Digga! WTF, Junge! Junge, die eine ultet mich, der andere flasht dich! Okay, Big! Das ist Soraka! Kann ich die Soraka hucken, die Gegnerrische? Vielleicht, oder? Wohin hucke ich die dann am besten? In uns rein! Ja, so nämlich! Ich hab die fucking Soraka ignited! Ich wusste gar nicht, dass das geht, Junge! Und ich hab einfach die Hourglass, die Schlaue! Ja, noch Battleslade! Jetzt für uns! Oh, hab ich den Hobbs genommen und der killt mich einfach! Ah! Roll da rein! Ich will nicht rein! Digga! WTF! Alter! Okay! Also es war so ein Int gerade, ne? Bro! Ich hab's wirklich probiert! Okay! Hä? Sag mal, du schießt unser Nexus, Junge! Die ganze Zeit schon! Ja, und das muss er schießen über den Nexus! Ja, sonst ist hauswuchslos! Ja, du musst erst mal ein bisschen wie Minions queuen, Digga! Was rein, Jan! Einmal stillen Treffer geschickt! Wir haben halt gerade alle 300 Gold von der Zoe bekommen, ne? Oha! Ey, da kommt ein Schlitten durch die Mitte davon! Ja, wir treffen die Jungs! Okay, wir werden zuerst verlieren, wir werden zuerst verlieren, Digga! What?! Was zum Fick, wir fahren zurück! Oh ja, jetzt! Turn! Oh mein Gott, Alter! Nein! Ja! Ja, und durch CC'd! Bro, ich konnte nichts machen! Also ich lief diesen Schlitten, der hat so gutes Movement eigentlich! Ja, das ist so funny gerade gewesen, holy shit! Das war wirklich gut! Wenn die eine E trifft, ist die Oppenso! Okay! Okay, wir haben unseren Carry gefunden! Max, take it loose! Is it right, Daniel? Okay! Ja! Hey, jetzt kann ich nicht mehr auf uns gucken! Ich mach einfach ne Warwick! Ich hab so ne Warwick getötet, ich hab kein Leben! Aber ich hab kein Kill bekommen, ne? Wenn du dich verarschst! Digga, was hat das für ein beschissener Flash von mir! Und ihr habt trotzdem die Out-Detektur ich bekommen, ey! Oh Junge! Kann man noch kaufen? 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 Ja, ich warte kurz für... Warte! Versteuert! 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 So lange kann ich nicht warten! Ja! Na, weiß nicht! Ah! Was? Der Wegschirmloch! Ach, der nächste! Ja, dann... Ich hätte uns anders fallen können aus Ungegeln! Digga, man kann nicht gegen die gegnerische Kabel crashen, aber gegen den gegnerischen... äh, gegen den eigenen Nexus! Ja, der Nexus, der ist bewegt! Okay! Okay, Big! Ja, dann hat er einfach gute Nacht gemacht! Okay! Wunderbar! Ich spacete, ich spacete! Okay, ich spacete! Ich bin gewonnen schon in Watt! Ich bin gewonnen schon in Watt! Beeilt euch! Kommt schon, Jungs! Ja! Geturnt! GG easy! Wuuu! Digga, Dorans Shield Start? Oder Dorans Shield Start mit zwei Pots, die ich mir nicht leisten kann! Hä? Was ist das für ne Scheiße, ey? Reihard! Loot, Timo! Unten, Potlane! Hä? Leist du eh? Ja, Bro! Ich weiß gar nicht, woran es gescheitert hat! Oh no, Junge! Achtung, der hat noch weh! Der Mann! On Gaming! Hello, Graves! 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 Fruit! Schön! Ja, der ist dead, der ist dead, der ist dead! Schildes Ding! Er burned, er burned, er burned, er burned! Ha! In mir ist ein, äh, Z, falls ihr runterkommen wollt! Vorher zu euch kommt! Okay, schön! Die ist ein bisschen greedy! Hab sie, kein Problem! Ich seh nichts! Ich bin blind! Das nächste noch! Wir diven! Ach, Digga! Wir diven doch nicht, war Spaß! Wait! DPS check? Was war da? Was war da? Da musst du aber irgendeinen Turret oder so killen! Nein, nein, nein! Muss einfach aufziehen! Ey, ey, ey! Dummy meine ich! Nicht Turret, Dummy meine ich! Sorry! Yo! Oh mein Gott, Russell ist so gesaved vor seiner W mit der Ult, Junge! Das war big! Ja, wir kommen gerade wieder mit dem Damage! Schön macht ihr das! Schön! Ah, so schön macht ihr das, Junge! So geil wie dieses Turret... Äh, Turret, egal! Sag ich dir die ganze Zeit Turret das? Das war doch ganze 50 Sekunden das Event! Also... Ja, ihr müsst finischen! Da, ihr müsst den Balken voll machen! Wann ist er voll? Ich glaube, das geht exponentiell! Er geht wieder zurück! Jungs, wir holen gleich auf! Können gar nicht aufkommen! Nein, ich bin blind! Die Augen auf! Die Fresse, Digga! Ich baue gleich keiner bis in den Mask mehr! Ey, du bist der Beste! Ich küsse auf dein Herz! Dann werden wir mit dem Ding pushen und Ende noch! Hier ist ein Pils! Okay, okay, Big! Oh, ich wurde weggehauen von irgend so einem Hut! Oh mein Gott, dieser Graves, ne? Weißt du, seine Familie ist hässlich und er ist auch hässlich! E-Earth Deathmatch! E-Earth Deathmatch! Ach du Scheiße! Ist das cool? A-Uah! E-Earth, ne? Das ist Deathmatch und E-Earth! Ah! Ja, cool! Okay, jeder gegen jeden? Oder ist es wieder so? Na Weiter Ich bin auf Graves drauf Wie schnell Soll ich mal zum Start ulten? Soll ich mal zum Start ulten? Zum Start ulten Ich konnte mich endlich an Ich konnte mich endlich an Im fucking Drecks Wie heißt der Wichser? Graves Konnte ich mich endlich Junge Sie ditcht Sie fucking joinkt uns Mach du Daniel Schmauer Guck mal wie jetzt Conqueror on hier Sachen macht Siehste Conqueror on ist es? Ja Wenn man genug Items hat Ich bin auch grad am Special da dran Ich weiß gar nicht ob ich Special da will Digga bei mir steht Suggested Items Ist bei mir gar kein Item mehr Ja Ja ich hab noch genug Gold Ich nicht Egal wie wenig leben auf ihrem fucking Nexus Ist doch am besten wenn ich den Set ulte oder? I don't know man Glauben wir Wann nehmen wir den Chaos raus? Na wir kloppen einfach im Nexus sein hab ich gehört Kann ich den smacken? Digga wann machst du einen Quadra eigentlich nebenbei? Huuuuhh Ich kann mich schon nicht mehr durchbekommen Da ist der Panther verkackt Oh mann alter Ist schon funny Digger bist du Yoda? Jajaju Oh 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 Wann Wann